Ich bin tot, wie willst du denn da ausrufen? Ich auch. Hä? Oha. Ohjo. Oha. Was ist denn jetzt? Ja moin. Was soll denn? Alles klar. Der kommt jetzt doch einfach so... So random ist der einfach cool. Richtig. Wie weint man denn diesen roten Scheiß aus? Aus dem Nichts ist er da. Wie weicht man in diesem roten Kram aus? Ich glaub gar nicht. Hä? Ich kann einfach Schaden kriegen ohne was damit machen zu können. Ja, randuliert hier richtig rum, ne? Hm. Ich hasse es halt, wenn man nicht weiß, wann Schaden kommt und wie man den ausweichen kann. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie willst du denn da ausrufen? Hä? Hm. Hä? Töte den Chrysalis Mutanten. Kein Problem. Ich bin tot. 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 Geil. Geile Waffe. Aber wie weicht wird der Scheiße aus? Ich habe keine Ahnung. Hä? Geht's ja richtig mysteriös. Alter, dann sind wir gleich wieder tot. Und dass wir da was gegen machen können. Vermutlich. Dann müssen wir wieder dicht da ran. Oh jo, oh jo. Oh, da kommt man gar nicht dicht da ran. Hä? Ich versteh's immer noch nicht. Ne. Feiné, chancé. Boah, das muss ja irgendwie gehen. Muss ja irgendwie ausweichen können. Was macht er jetzt? Warum tut er sowas? Ja, moin. Kannst du? Ja, hast du gerade? Sehr gut. Guter Typ, guter Typ. Guter Typ, guter Typ. Komm, lad nach, lad nach. Geht doch. Hey! So unten. Man kann das nicht ausweichen, das gibt's doch nicht. Echt da muss ich fast? Ja, aber... Äh. Ja, keine Ahnung. Wollen wir nicht. Okay, dann sind wir auf jeden Fall rot. Also wenn da sowas kommt, wenn da hoch geht, sind wir auf jeden Fall rote Kreise, wo er hin drückelt. Na, und? Ich will das verstehen. Wollstuch, bleib mal stehen, du Schmutz. Und? Wieder fast kaputt. Äh. Das kämpiere ich nicht. Drückst du? Drückst du? Nein, nein. Jetzt. Hinter die Steine, okay? Okay, vielleicht hinter die Steine. Aber okay, erste Phase haben wir geschafft. Ja. Jetzt ist die Steine schlecht. Aber jetzt ist man ja hier alles rot. So, okay. Oui. Eureую. Okay. Was das, was das? Was ist das? zu sein und ich war doch gerade moni besorgen so warst du mal wieder zu achten kreise kombination ja 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 nein keine flieger liegen scheiße total unnötig absolut unnötig oh joh was rot 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 ach, hallo, ich war gar nicht im roten ich mache aber so minimal schaden ein bisschen was ich hab nicht gut aus für mich, ich bin vergiftet geht jetzt weg oh, ich auch oh, der ist auch weg was macht er? was soll da? was soll da? was soll so was? wo soll ich hin? alles rot, alles rot, alles rot ich war unter wasser ich war mit dem roten aber unter wasser ja, gut, du kurz getauft, läuft gut, 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 gut komm, wir haben ihn passt, ey wir brauchen einen Gegner, ja keine Opfer geil ist gewähr, ich mach bis zu 400 Schaden ja, ich mach, ich mach zu 5 bin ich gut, mach ich 50 sonst immer so 3, 5 ja, natürlich ja, nachladen auch voll wo ab jetzt sag mal alter, es sind einfach die horror Moskitos schlechthin, alter was ist mit denen los? was ist mit denen los? oh ich hab's doch noch nicht geschafft haben wir den echt first try erledigt? ne, first try nicht ja, dann war das zu leicht ne, first try doch nicht ah ja ja